Hochschule Konstanz präsentiert Wieso Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Konstanz studieren Hey, du interessierst dich für das internationale Wirtschaftsingenieurwesen oder für den Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen Elektro- und Informationstechnik? Die Inhalte der Studiengänge gefallen dir, aber das Studium besteht nicht nur aus den Vorlesungen. Ich zeige dir, was die Hochschule Konstanz und die Stadt sonst noch zu bieten haben. Als erstes schauen wir uns die einzigartige Lage der Stadt Konstanz an. Dank der Nähe zur Schweiz, Frankreich, Österreich und Liechtenstein hast du mögliche Arbeitgeber in anderen Ländern im direkten Umfeld und hast gleichzeitig spektakuläre Gebiete zum Skifahren und Wandern. Freizeitaktivitäten und ein vielfältiges Nachtleben helfen dir, deine Kommilitonen und andere Leute besser kennenzulernen und das Studentenleben so richtig zu genießen. Verschiedene Museen und die historische Altstadt mit Gebäuden wie das Konzil lassen dich die Geschichte und Kultur der größten Stadt am Bodensee erleben. Aber nicht nur die Stadt ist wunderschön, auch die Hochschule Konstanz hat ihre Vorzüge. Der Campus bietet dir neben den kurzen Wegen zu den Gebäuden auch eine tolle Strandbar direkt am Rheinufer. Außerdem wird dir dein Wissen von Lehrenden aus der Praxis vermittelt. Alle unsere Professoren haben bereits langjährige Erfahrungen in verschiedensten Tätigkeitsbereichen gesammelt. Die Theorie wird während der Vorlesung mit realen Szenarien verknüpft, wodurch man die Berufsfelder der Professoren besser kennenlernt und sich vielleicht selbst in dem ein oder anderen Beruf wiederfindet. Der praxisnahe Bezug wird dir nicht nur von den Professoren vermittelt. Dank der eingeplanten Praxissemester kannst du selbst bereits erste Berufserfahrungen in der Industrie sammeln. An der Hochschule veranschaulichen dir verschiedene Labore, die Theorie und lassen dich die Thematik ganz praktisch verstehen. Exkursionen in international agierenden Unternehmen ermöglichen dir einen Blick hinter die Kulissen. Auch deine Softskills und andere Fähigkeiten werden gefördert. Bei Gruppenarbeiten lernst du Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke. Die erarbeitenden Ergebnisse stellst du im vertrauten Umfeld vor, wodurch du selbstsicheres Auftreten lernst. Doch keine Sorge, du wirst nicht ins kalte Wasser geworfen, sondern dort abgeholt, wo du stehst. Viele Angebote, wie zum Beispiel der Mathe-Vorkurs und die Konsolidierungskurse, schaffen eine einheitliche Wissensbasis für alle Studienanfänger. In Tutorien kannst du schwierige Thematiken unter Betreuung nochmals aufarbeiten. Mit kostenlosen Sprachkursen kannst du dich außerdem auf die internationale Welt eines Wirtschaftsingenieurs vorbereiten. Außerdem vermitteln dir Vorträge und Firmenmessen auf dem Campus direkte Kontakte zu möglichen Arbeitgebern. Verschiedene Karriereberatungen, wie zum Beispiel das Üben von Vorstellungsgesprächen oder das Start-up-Programm Kilometer 1, helfen dir bei dem Einstieg ins Berufsleben. Das klingt doch super, oder? Dann bewirb dich jetzt! Wir freuen uns schon auf dich!